So, zu Ostern für die Kinder haben wir hier noch jede Menge Bücher, so zum Malen mit Mandalas oder zum Basteln oder auch zum Rätseln. Genau. Und wenn das dann mit dem Strandurlaub dieses Jahr vielleicht nicht so klappt, hätten wir auch noch Spiele, thematisch passend. Oder auch sonst kleine Spielereien. Oder auch noch, sind gerade neu reingekommen, die New Black Stories, Junior Edition. Ja. Da können Sie auch gerne mal vorbeischauen.